Herzlich Willkommen in der deutschen Fortszene. Willkommen auf Desert Runes. Heute ist Stability Tag auf dem Stundenplan. Wir gucken uns an, wie man das Fort ein bisschen besser verstreben kann und Ansätze von Build Orders. Aber wie gesagt, wenn ihr Build Orders lernen wollt, dann schaut gerne hier oben rechts vorbei. Da gucken wir uns Desert Runes an, wie man da welche Strategie spielen kann und in welcher Reihenfolge was platziert werden muss. Vielen Dank an Eden, der hier uns mit Wissen versorgt hat. Der beste Fortspieler in der Welt. zeigt uns heute jetzt, also nicht ich, aber eher in meinem Geiste, wisst ihr was ich meine. Wie man hier spielt. Gunner weg, Windturbine, Mine wäre die Startreihenfolge. Und jetzt gucken wir uns losgelöst von der Build Order Stability Tag an. Ihr könnt actually hier Windturbinen platzieren. Dafür müssen wir hier alles zu Hintergrundholz machen. Ihr könnt es entweder so bauen, dass ihr hier eine 3 lang rauszieht mit Grid. Ganz entspannt, zack, zack, zack. Super. Da keine Windturbine hin, wenn hier hinten alles Hintergrundholz dann ist. Alles easy entspannt. Aber der Profi wäre ja nicht der Profi, wenn er nicht eine richtig krasse Möglichkeit hält, Windturbinen zu bauen. Zack, 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 zack. Das ist alles weg. So würde es aussehen von Anfang an. Grid ausgeschalten. Und jetzt hier eine Strebe reingezogen mit 66 Energie. So leicht schräg, zack, da unten hin verbinden. Leicht schräg nach links oben, zack, Windturbine drauf. Flump. Ah, sieht einfach cool aus, ne? Biddy early. Hat den Vorteil, dass ihr einfach euer Windturbinen-Setup ein bisschen kompakter aufbauen könnt. Und es sich nicht so stark mit dem nach unten biegen verschiebt, der Windflur. Ne? Wir haben hier jetzt 90%. Ah, das ist einfach, das ist einfach huge. Ja. Ja, es sieht einfach schön aus. Ne? Und bietet einfach ein bisschen mehr Kompaktheit. Aber wenn ihr sagt, ey, das ist viel zu kompliziert, ich kann so gut noch nicht bauen, dann baut einfach am Grid. Es ist, es ist keine Schande, Leute. Keine Schande. So. Stability Deck. Wir wollen diese Node hier verkaufen. Die da und die da. Damit der Gegner nicht sieht, was wir hier oben drin stehen haben, könnte man das hier verdecken, wenn es euch egal ist, was ihr da drin stehen habt und der Gegner es sieht oder nicht. Müsst ihr das nicht machen. Im späteren Spielverlauf ist es Pflicht. Und dann könnt ihr diese beiden Nodes hier verkaufen, geben euch Metall. Und wir wissen, Metall ist geil. Okay. So. Und jetzt, Leute, jetzt, jetzt wird es richtig wild. Ihr könnt hier oben erstmal diese schöne Strebe einziehen. Dann nehmt ihr euch eine Holzstrebe und zieht hier runter. 63 Metall und 13 Energie. Schön gerade. Vielleicht ein bisschen weiter nach rechts. Baut die und zieht nach oben. Boah. Was? Worauf will der Junge hinaus? Hier könnt ihr Metall draus machen. Und diese Strebe nehmen wir, greifen wir und bauen sie hier oben rein. Ist ein bisschen friemelig, aber geil. Schöne lange Strebe hier, schöne lange Strebe da. Die kann aus Metall werden. Jetzt nehmen wir doch, bevor wir das hier verkaufen, darauf läuft es nämlich hinaus, diese Strebe hier, die wir gebaut haben und ziehen die hier nochmal runter, damit wir diese schöne Strebe haben. Das hier kann weg. Brauchen wir nicht mehr. Jetzt haben wir eine super Lösung. Können auch die hier ziehen. Die Strebe hier. Und dann kann der Lachs hier einfach weg. Tada. Und ihr habt ein super effizient verstrebtes Fort hier vorne in der Front, wo ihr einfach easy, ne, große Boxen reinziehen könnt. Und es ist halt stabil. Des Todes. Geil, oder? Leute, das war Desert Runes. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt ein bisschen was für euer Ranked Game mitnehmen an Stability und ein bisschen besser jetzt hier auf Desert Runes verstreben. Mein Name ist Salzy. Ich hoffe, es hat gefallen. Wieder schauen. Reingehauen. Haut rein. Und tschüss.